Hallo und willkommen zu Kalamazoo College. Ich heiße Caleb, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Psychologie, Musik und Deutsch hier in Kalamazoo College. Ich komme aus Mitteville, Michigan, mit meiner Mutter und meinem Bruder. Und ich wohne hier in Kalamazoo College in Trowbridge. Trowbridge ist ein altes Studentwohnheim, aber es hat schöne Zimmer. Das ist mein Zimmer. Es ist sehr klein, aber es ist besser als das Zimmer in Western Michigan. Sehr, sehr klein. In meinem Zimmer, ich habe sieben Posters, Glass und Infinity War. Ich habe zwei Game of Thrones, Super Smash Bros, Login und Fight Club. In meinem Zimmer gibt es zwei Schreibtische. Ein für meine Mitbewohner und ein für mich. Ich habe ein Lampen und zwei Lampen auf dem Tisch. Nicht Hausaufgaben auf dem Schreibtisch. Ich mache meine Hausaufgaben auf dem Bett. Mein Bett ist nicht ordentlich und sauber, aber es ist gut für mich. Wie ein in meinem Zimmer. In meinem Zimmer. Ich habe zwei Schraimt. Ein Schrank für mich und ein Schrank für meinen Mitbewohner. und ich habe ein kleines Komodo und ein großes Komodo mit Fasen auf dem Komodo und ich habe einen Kühlschrank mit einer Mikrowelle auf dem Kühlschrank und ich habe eine kleine Kaffeemaschine, denn ich bin müde. Kalamazoo College ist ein sehr schönes College, aber es ist sehr kalt im Winter. Im Sommer ist es sehr schön und heiß, aber im Winter ist es sehr kalt. Wir haben viel Schnee hier in Kalamazoo College. Ich mache nicht Schnee, aber es kann Spaß machen. Kalamazoo College ist ein kleines College, aber es hat viel intelligent und interessante Studenten und es ist sehr Spaß. Ich mag meinen Biologie-Professor und meinen Deutsch-Professor und ich mag meinen Klass-Kamrade. Es ist eine sehr gute Schule und ich denke, du wirst in Kalamazoo College mögen. Willkommen zu Kalamazoo College.